Also, ihr beide geht rein. Hallo? Ihr geht rein? Ja, du warst gerade abgehakt. Oh, ach so, sorry. Nimm doch lieber... Oh ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, nimm doch lieber erstmal die Voicebox mit. Aber ja, stimmt, ich kann natürlich auch die Box euch erstmal so reinwerfen. Ich lege euch die Box hier unten im Eingangsbereich hin. Näht euch mal. Ja, naja. Und ich habe noch zweieinhalb Minuten Zeit, in denen der Geist ruhig ist. Also nicht aktiv. Jo, der hat sofort auf die Kamera geswitcht. Ich bin also in Position. Ja eben, deswegen ist er ja direkt hingeswitcht. Ich bin in Position. Orb, direkt ein Orb. Kaum dass Adi reinkam, war es dunkel genug. Da ist ein Orb gewesen. Jo, definitiv Orb, nochmal bestätigt. Dieses Mal eher bei der Cam. Also im halben Raum rechts quasi. Jep. Komplett alleine Geist. Und der Name ist Lisa Miller, falls ihr den braucht. Ich wollte gerade sagen, die Meer braucht Gefriertemperaturen. Ja. Wie gesagt, die Meer braucht Gefriertemperaturen. Mit anderen Worten, ihr braucht jetzt EMF5 noch. Im Van geht er auch nur auf 3 hoch. Okay, im Van ist er gerade auf 4 gestiegen. Jo, jetzt ist er auf 8 hoch. Der ist gerade in Rauchwolken vor mir. Auch nicht schlecht. Wer kennt es? Der ist da irgendwie als Wisp in der Ecke hingeblieben. Der Idiot.